Tja, die INSA-Umfrage bestätigt. IQ ist wirklich nichts und Unbildung ist alles. Die neue INSA-Umfrage, Doppelpunkt. Deutsche wollen sich Maskenpflicht nicht nehmen lassen. Keine Lust auf Freiheit wie in Großbritannien. Nachtrag 58 zum Buch. IQ ist nichts. Ich hatte eingegeben, INSA-Umfrage Maskenpflicht und habe, das habe ich erst gar nicht so richtig gesehen, Deutsche wollen sich Maskenpflicht, habe ich erst gar nicht so richtig drauf geguckt. Aber ich bin dann durch Reitschuster wieder darauf aufmerksam geworden und ich habe den Artikel auch gelesen. Ansonsten habe ich hier geguckt, nur jeder Dritte vertraut den Corona-Zahlen und Mehrheit der Sachsen halten aktuellen Corona-Schutz für, ach was weiß ich, und so weiter und so fort. Und da dachte ich, naja, gut, dann ist es eben so. Also, ihr wisst, warum ich mich so seltsam ausdrücke, aber jetzt plötzlich dann das auf reitschuster.de neue INSA-Umfrage. Die Deutschen wollen sich Maskenpflicht nicht nehmen lassen. Und da, ja, ich lese euch das nicht vor, ich verlinke es euch, diesen Artikel. Da wird mir doch ein bisschen Angst. Sehr schön ausgearbeitet, also es waren über 2100 Leute, die repräsentativ befragt wurden. INSA ist nicht irgendwer. Da ziehen sich auch ganz andere Zeitungen drauf und, ja, auf diese Frage, da gibt es sehr interessante Antworten, auch nach Alter gestaffelt, auch nach Ost und West und so weiter gestaffelt und, 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 auch nach Parteien gestaffelt und so weiter und so fort. Gruselig. Der Artikel, das sind vielleicht zwei Leseminuten, ja, der sagt letzten Endes, so leid, wie es mir tut, aber ich fühle mich wieder mal bestätigt. Unbildung ist wirklich alles. Unbildung ist an allem schuld. Durch Unbildung werden Leute betrogen, lassen sich betrügen. Durch Unbildung werden Kriege hervorgerufen sogar und so weiter. Alles nur dadurch. Furchtbar. Lest euch den Artikel durch. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist er verlinkt. Für alle Leute, die beim Handy immer noch nicht wissen, wo eine Videobeschreibung zu finden ist, hier ist mal, da habe ich das mal ein bisschen umständlich, aber immerhin zeigen können, wo beim Handy dann in der Videobeschreibung nachgeguckt werden kann, da ist dann der Link. So, gruselig, aber es ist so. Ich sage mal schon, schönes Wochenende, weil da fällt einem nichts weiter ein. Bis dann, tschüss. Äh, nee, nicht ganz. Macht was. Aber macht's gut.